Heute ist der 23. Dezember. Seid ihr auch schon so aufgeregt? Morgen ist Weihnachten. Heute öffnen wir das 23. UI. Ganz viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Noch einmal schlafen, dann ist Heiligabend Ich warte morgen wieder auf euch mit dem 24. und letzten UI Bis dahin, einen schönen Tag, euer Stefan